Onkel HF Jungs, dass der Win reinguckt Guck mal! Jungs, schnell dreht euch zu mir um, guckt mal! Ach so, das seht ihr nicht, ne? Ich hab von Percival ein Kniftchen bekommen und das hab ich grad balanciert. Aber das seht ihr. Ich geh jetzt auf meine Lieblingsposition. Ah ja, du meinst, ah, ist der's? Okay, wir sehen uns dort. Ach so, hey, ich geh auf A. Ich guck Con. Jo, äh, Focon, down, Bombe. Mitte, Mitte einer. Hab ich. Nuh, ich, boi. Ich hab ein Haimund. Hehehe, boi. Ich flashe erst mal rein, um auszubremsen. Nice. Los, los. Wunderschön. Letzter ist irgendwo in der Mitte, glaub ich. Die krieg ich hier auch schon. Yakuza, alter, die ist mir voll auf die Rübe. Eine wahrscheinlich. Ja. Da sind zwei drin, ich geh mal kurz. Bombe down D. Einer under, oh mein Gott. Jetzt kam grad Stairs raus, Mist. Nice, alter! Ich dachte, das wär dein Shot, Verox. Ich war grad bei dir drauf und dachte, du hast das Gesicht zerbröselt. Ich hab da nicht hochgehen dürfen eben, das war nicht so klug. Danke. Boi. Na, der ist geladen, schnell. Ein Hund steht manchmal nachts auf und trampelt einfach rum. Ich weiß es nicht, was die macht. Ich würde einfach nur sein Bellpilz gestorben. Dein Bellpilz. 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 Der ist bei Tetra schon... guck mal kurz, mal nicht, äh, am Gucken und schon passiert was. Na, Fynn. Palazzo! Palazzo! Schließen wir raten. Oh, komm! Alter! Im Chat, Alter. 30-year-old guy in Flames, making YouTube-Videos. Hä, was? Ach, guck mal da. Der Blacky hat auch schon geschrieben ob du wieder den Chat... Sprachenlernen Bubble. Mit Mute hast du getast. Ja, klaro. Ey, Jan, du hast 1 vor 20 damage. Äh... Alter, das hab ich mir warum wieder gegönnt, ne? Ja. Einer Flasht auf Arm. Ist weg. Schniesel, Schniesel, warum sagst du mir nicht, dass da einer ist? Ich will deine IOP mit. Ich geh rein und hab keinen gesehen. Ich warte jetzt hier oben. Ich hab jetzt aber T-Stairs nicht mehr. Shit. Ich muss eigentlich hier weg. Guter Meinung? T-Stairs! Warte ein Minute. Wer bist du? Weil einer ist schon... einer ist schon in den Sandwich drin. Nein. Musst du den... musst du den bei Sidebacks weg... Entschuldigung? Taui Leute. Boah, wir haben auch krass und die Hoden weg geschossen. Taui Leute. Boah, wir haben auch krass und die Hoden weg geschossen. Boah. Mh-hmm. T-Stairs. Ich bin auch der Hoden weg. Kein Aim. Nein. Ich bin halt auch absolut Hassen. T-Stairs. T-Stairs. Einer ist direkt close. Ihr habt ihn ja schon gesehen. Nice. Ach, habe ich mir sogar gehittet, ok. Guter, was du eben hingehitt. Konk! So wie ist es denn jetzt wegs Geld? Ich habe einen 10 Einer der hat einen Hälter bei Stop Sign Ich meine Döner Der ist jetzt bei uns bei Firebox Er wusste ja wo ich stehe Einer noch, komm 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 Nice sehr schön Jetzt geht am besten gemeinsam auf B oder auf A Ihr seid ja vier Nice dann geht A geht A Ah ne er ist mit Der ist los Achtung B-Shot sollte close sein Ne Orange Nice sehr schön Nice Jungs Ne 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 wenn dann gehe ich durch Yakuza Vorhin habe ich den Kill auch genauso bekommen Ja das ist nicht so lustig Yakuza wir verlieren Du musst dich hier auf diese Kante stellen Hallo schaffst du es mal? Ok Na gut Also Eins Und beim Zwei Eins Und Zwei Oh Gott Die Flash war natürlich Hehehehe Aber ging gut Warte kurz Neistee Nice Jungs sehr schön Gips 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 Er hatte alle die Jahre recht Das würde mich schicken, wenn sich von dem Mirage Mitglied durchgekilled würde Es war schon sehr gut.